Unter dem Glasdach zwischen Schwimmhalle und Stadion liegt die Multifunktionshalle des Olympiaparks. Die Zahlen sprechen für sich. In 40 Jahren fanden in der Olympiahalle mehr als 2600 Veranstaltungen statt. Knapp 30 Millionen Besucher waren bei Konzerten, Showveranstaltungen und Sporthöhepunkten live dabei. Die Olympiahalle ist die Mehrzweckarena in München mit Platz für bis zu 15.000 Zuschauer. Damit ist der Austragungsort der Olympischen Turn- und Handballwettbewerbe von 1972 bis heute Ort sportlicher Großveranstaltungen in München. Doch auch Wirtschaftsunternehmen veranstalten gerne ihre Hauptversammlungen in der Olympiahalle. Und wenn es ein bisschen weniger sein darf, in der kleinen Olympiahalle finden bis zu 3500 Gäste Platz für Firmen-Events und kleine Messen. Somit ist die Olympiahalle ein perfekter Ort für Sport, Kultur und Wirtschaftsveranstaltungen direkt im Herzen des Parks.